Hallo, ich bin Jolien. Hallo, ich bin Lenny. Hallo, ich bin Luisa. Deine Junge hat Ohrringe. Der hat ein bisschen komische Haare. Der hat eine Kette. Kein Joghurt, auch kein Mädchen, Mann. Du hast da irgendwie eine gleiche Frisur, weil du hast auch so viele noch Frisur. Ich glaube, die sind Silber oder Gold. Schwarz und weiß. Ich finde die Haare auch gut. Und der hat eine riesige Brille. Ich gehe beim Bauch, der ist ein bisschen frei. Der Pullover ist ein bisschen zu kurz. Nee, zu lang, finde ich. Die eine hat irgend so was komisches an mit Fell und so welche komischen Schuhe. Die sind so hoch. Ich finde alle, dass die nicht so schön aussehen. Ich finde das komisch mit diesen Dingen. Ja, das machen sich manche Kinder oder manche Frauen so, die machen sich irgendwie so einen Knoten da rein, damit das irgendwie kürzer ist. Ich habe nichts zu meinem Bauch sehen. Ich finde das Gesicht so komisch. Ich glaube, die Models. Ich glaube auch die Models. Ich kenne nur Helene Fischer. Die Models sind Schlager oder Pop. Und das sieht aus, als wenn die Regenklamotten waren. Ich finde, sie sieht im Gesicht irgendwie so ein bisschen aus, so ein bisschen wie Helene Fischer. Also die Schuhe waren hässlich, finde ich, von den beiden. Sie sind lieber normale Schuhe. An alle 90 Kids. Hört euch jetzt. Ja, was ist? Es gibt haltes Abbild. Klick hier. Ja! Ja, wo geht dann. Ja, wo geht dann. Ja! Ja! Bis zum nächsten Mal. Bleib listed. Bis zum nächsten Mal.